Musik Okay, krass. Das ist übelst, der Sandsturm da unten gerade. Echt? Ja. Bei mir nicht. Kann man da hingehen oder guck mal, Herr Scharn? Dann nächstes wieder ein Dorf. Aber schade, dass man da nicht... dass man da nicht einfach auch den Kocher benutzen kann bei den Affen. Aber die haben keinen Kocher, die haben halt nur ein Feuer. Das kann es halt liegen. Warum habe ich eigentlich ein Armband um mein Handgelenk? Und warum... Habe ich eine kaputte Hand? Oder warum habe ich auf einmal irgendwo etwas um meine Hand? Ah, Hilfe! Habe ich Schaden gekriegt? Ich kann doch schon eine Holzeckpack bauen, eine Dying Station oder sowas. Kann ich auch schon bauen. Okay. Ich muss mich noch mal gucken, wie er... Weil dann Sandstürme, das haben sie ja richtig cool gemacht. Was für eine Alpha warst du? Graue. Okay. Ich bin noch nicht bei dir. Ich bin noch bei... FG4. Okay, da ist ein Bild. Oh, fuck! Alter, ich sehe nichts mehr! Ich bin blind! Hilfe, ich bin im Sandsturm! Ich sehe nichts! Wie? Wirklich? Ich hocke mich hinter den Stein. Vielleicht... Wie geil ist das? Alter, das hilft sogar, wenn man sich hinter den Stein setzt. Weil man denn Deckung hat und Schutz? Ja, ja. Was ist das denn bitte? Alter, also das muss man denen lassen. Das können sie halt wirklich, ne? Oh, fuck. Ich werde schon irgendwas angetroffen. Das haben sie wirklich gut gemacht. Ich habe mich einfach nur besoffen. Ne, das ist der Sandsturm, ne? Ich habe auch erst gedacht so, scheiße, du mein Stein, ich stelle mich hinter so... Oh, fuck, ich kriege Damage! Ach, ne, die beschwerfen mich mit Stein! Ne, hä, kriege ich Damage durch irgendwas? Doch, ich glaube, ich kriege durch den Sandsturm... Warum kommt der denn jetzt auch genau zu mir, der verfickte Sandsturm? Was ist das? Hä, der verfolgt mich! Warum verfolgt der Sandsturm mich, Leute? Ist das Absicht? Ich verstecke mich hier hinter dem Baum. Ey, Digga, Hilfe! Versteck mich jetzt hier einfach hinter... Geh weg! Nee, ey, wirklich! Das verfolgt dein Volk! Leider, auch nicht so! Hä, wie dumm ist denn das, dass sich der Sandsturm verfolgt, Alter? Ja, wieso verfolgt? Das sägt mich. Rett weg, Tju! Rett weg! Oder ich töte dich! Kann ich dich töten? Was ist das scheiße an, bitte? Aus dem Weg, bitte! Da. Pflanz und Rasen. Alter, what the fuck? Hilfe! Hä? Hä? Hä, oder darf man da nicht so lange drinbleiben, weil das sonst immer dichter und nicht drankommt oder so? Nein, das glaube ich nicht. Ja, aber es hat mich verfolgt. Es hat mich really verfolgt. Ja, der bewegt sich safe auch. Ja, genau zu mir? Aber wirklich? Ja, geh zu ihnen, genau. Bist du alleine oder hast du deine Bruder mitgebracht? What the fuck? Okay, es hängt ein bisschen von der Baumart ab, die du aberntest. Also die kleineren Palmen, die geben mehr Palmblätter als die größeren Bäume, die geben mehr Holz. Habe ich festgestellt gerade? Was für Palmen, die würde ich klein nennen? Ja. Ja. Da, da, daaaa... 4,7 Asche. Asche, Asche, Asche. *** Dann nebenbei auch wieder eine neue Axt. Ausrüstung. Wacken. bisschen mehr Holz. ja klar abgestürzt niemals ganz normal gelaufen hier da vorne sind zwei drei dörfer glaube ich da vorne auch und da ist so ein schiffswrack wie eine wüste das habe ich ja vorhin auch gesehen da wollte ich ja hinlaufen aber da kann dieser scheiß stand stand stehen dann schon sagt nein ich finde das ein bisschen scheiße dass man jetzt wasser trinken muss damit man die ausdauer schneller regeneriert nein es kommt an was für wasser du trinkst ja aber mein wasser ist komplett voll trotzdem muss ich dann um ausdauer schneller zu regenerieren wasser trinken damit ich sozusagen wieder voll hier bin also das finde ich irgendwie ein bisschen komisch und anscheinend wenn ich am lagerfeuer stehe regeneriere ich auch schneller obwohl ich gar nichts dann trinke aber da trotzdem wasser hersteller das ist ein bisschen verwirrend ich habe holzkohle hergestellt so zuerst ein paar äxte hergestellt sicher ist sicher wo haben wir hübsch hast du gerade gesagt dankeschön das war lieb von dir hättest du doch nicht sagen müssen wir müssen das ist eine methode ok hallo du bist bereits geheilt ok Der hat ja schon einen Schlüppi an. Du 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 du. Der sieht ein bisschen stärker aus, oder? Oh, der hat übelst die Muskeln. Weil er rechnet nicht mit episch Kampfkünsten. Oh fuck, er hat mich getroffen. Tja, hab mich wohl gebumst, wa? Hä, wie hast du mich genannt? Du bist selber ein Sack. Der braucht mehr Holz. Alter, das dauert lange. Was denn? Muss man sich einfach einen Scheiß herstellen. Diese ficking Asche, Alter. Ja, die Asche auch echt lange, ja. Gleich die installieren. Ich hab übelst den Wind. Ja, da musst du aufpassen, das ist ein Sandsturm. Oha. Wie cool. Hm? Das ist schön gemacht mit dem Sandsturm. Ja, ich fand das auch ganz witzig eben. Ja, meine Haare sehen echt nicht so hässlich aus, wa? Die Farbe geht eigentlich voll gut. Ja, das ist saurig. Lass mir zu. Oha, okay. Kriegst du Damage? Komm noch Sandsturm, ich sammle trotzdem meine Fass. Oh, da kommt Rupo. So. Lass uns das Feuer mal noch an. Können wir vielleicht noch ein bisschen Asche herstellen. Das können wir einfach brennen lassen. Die Frage ist halt, woher krieg ich jetzt diesen Holzschaft? Krieg ich die Blaupausen danach auch immer wieder? Keine Ahnung. Fragst den Falschen. Oh, da ist ein Dorf. Ich geh mal da wo zum Dorf hin. Du musst dir auf jeden Fall alle in Nahkampf zwingen. Oh, der Korb sieht ja schick aus. Perfellrüstung. Warum kann ich die jetzt nicht benutzen? Habe ich die schon benutzt, die Blaupausen oder was? Oh cool, Kaktus und Asche habe ich gekämpft. Aber keine Schäfte. Das Ding hat jetzt hier weg theoretisch, habe ich jetzt hier schon alles gedudelt von? Eins Asche fehlt? Aaaaaaahhhhhh Okay. Alter, die kommen jetzt... Das ist zum Glück nicht knapp. Ey, ich meine easy. Okay, eins habe ich aus dem Hanging Bag noch nicht rausbekommen anscheinend. Aber das mit den Anzeigen finde ich ein bisschen... Also, dass da halt Fragezeichen am Anfang sind und dass man dann halt... Nein, nein, das sind die Dinge, die du rauskriegen kannst daraus. Potentiellen, ja. Die, die du entdeckt hast, ja. Genau. Aber das... Ja, das sieht jetzt optisch nicht ganz so schick aus, finde ich, wenn da am Anfang diese Fragezeichen sind. Ja, das ist aber nicht schlecht gelöst, dann weißt du, okay, so und so viel kann ich noch rauskriegen. Ja, das, das ähm... Dann weißt du halt auch schon, okay, aus dem Camp kriegst du dann halt auch qualitativ nichts mehr anderes. Genau. Dann müsstest du, äh, zu anderen halt hingehen. Okay. Aber das ist das, was du meintest, dass wenn man in der Base halt steht, dass man sozusagen dann halt selber wieder Energie regeneriert, ne? Genau. Dass die Base quasi wirklich die Base ist, sag ich mal. Ja. Also, dass du da safe bist. Weil immer, wenn ich sozusagen im Lagerfeuer steht, steht volles Wasser und ich regeneriere sofort wieder meine Health... äh, meine, nicht meine Health, sondern... äh, mein Wasser, äh, meine Energie. Hallöchen, Matsudo! Matsudo! Zehn Holz, fünf Stein mit 19 Fasern. Wir machen mal noch ein paar, ähm... Paar Asche, aber nicht mehr so viel. Ich brauch noch... sowas ja gleich. Kann ich die Hälfte? Ja. So. Ah, dafür brauch ich jetzt nur Holz. Dafür auch Holz, okay. Dann krieg ich das echt wieder, okay? Wie? Nix. Na, sag doch mal. No. Gibt ein Geheimnis, musst du selber rausfinden. Erschwärts. Wie geht's dir, Hase? Gut geht's mir, ich hoffe dir auch. Wir haben heute... Wie, Hase. Na, gestern hat er doch geschrieben, Hase. Hase. Bei meinem Shooter-Evig-Gang. Habe ich so... Was, Hase? What the fuck? Hast du das nicht mitbekommen? Siehste, so schaust du meine Streams an. Ja, warum... Ich... Ich... Ich trage Neo. Unfassbar wirklich. Unfassbar. Oh, da läuft ein... Walker rum. Ein Firefly. Du bist ein Firefly. Es sah aber anders aus. Kann man jetzt auch andere Walker-Theorie schon bauen? Ne, dann braucht man wahrscheinlich... Auch das Ding wahrscheinlich, ja. Ja. Also den Bauplan dann. Weil wenn du jetzt beim, ähm... Hier, wie heißt das? Naja. Wenn du den geguckst, dann siehst du ja, dass du den Krumpf brauchst. Also zum Lernen. Ja, stimmt. Hm, macht's dann Sinn, den Firefly jetzt schon zu bauen? Bewegt man sich schon ein bisschen besser mit vorne, ne? Kann nicht auf dem Boden platzieren, wäre ein Bilde Foundation? Was? Ich muss eine Foundation bauen, um den Walker zu bauen? Wie? Ja, diese Walker-Foundation, oder was meinst du? Kann ich das dann auf der Sand-Foundation bauen? Hat er hier sein... ...Hausding gebaut, aber... Was heißt du von diesem Spiel? Anchester. Äh, habe ich tatsächlich geschenkt bekommen? Habe ich noch nicht angespielt, aber ich habe es, äh, bei Gronkh damals gesehen. Das fand ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber... Ich glaube, man ist ja da auch erst... Man startet irgendwie, glaube ich, mit einem Affen oder so? Du bist immer ein Affe, aber... Du musst quasi die Evolution vorantreiben. Wenn es das ist, was ich denke... Ach du Scheiße, ich brauche Rupo-Ranken. Was ist ein Wooden-Slap? Rinde. Sieht aus wie Rinde. Wie Rinde. Wie Rinde. Was ist Wooden... Rinde ist neu. Was ist Wooden-Slap? Hier sind die Russen drauf. Ach ja, Europa. Wooden-Slap. Was ist Wooden-Slap? Ja, aber dann macht das ja gar keinen Sinn, das hier hinzustellen. Wenn ich ja die Ranken und so auch noch nicht habe. Wo bist du denn aktuell? Oh, da kriege ich ja nur die Hälfte wieder. Eiffing. Ich laufe erst zu dir, Neo. Das macht sonst, glaube ich, keinen Sinn. Okay, ich versorgte ihn für uns überlegt. Ja, ja. Was, ich habe ein Häuschen gebaut. Lagerfeuer drin. Mit 200 Kakteen drin. Mit Made in the Oak Chest. Neo hat schon ein Schloss gebaut, Leute. Rinde, denke ich. Ja, ja, Rinde wird es wahrscheinlich sein. Aber das gab es früher noch nicht. Darum ist das für uns noch neu. Und ein bisschen... Ein bisschen neu. Ein bisschen neu. Kann man zwei Wasserflaschen? Ja, Theorie nicht. Also... Für den aktuellen Wissensstand. Neo, ich habe dir mal eine Wasserflasche hergestellt. Nice. Geil. Wasser, Wasser. Das Wichtigste, was es gibt. Fuck, ich muss halt da lang. Nice Level up. Ja, war der scheiß Sandsturm. Aber wie kriege ich denn Rinde vom Baum? Ich kann ja da nichts anders einschalten. Oder muss ich irgendein anderes Werkzeug oder sowas bauen? Man ist der eine Affe. Der eine Affe. Kein anderer. Oh, da ist ein anderes Dorf. Oh, da ist ein anderes Dorf. Wow. Oh, was ist das da? Oh! Oh! Was ist das da? Was denn? Okay, Flint. Flint. Okay. Das sind aber komische Steine. Wie Flint. Was? Konntest du jetzt ein Bett eigentlich auswählen? Nein. Warum musste man denn Sand? Achso, doch. Sandbett bauen? Also jetzt ja oder nein? Ja, ja, ich konnte auswählen. Was? Jetzt bin ich bald weg. Woah. Was? Hm. Stone Ass. Aha, aha, aha. Oder braucht man dafür vielleicht auch eine Blaupause dann oder so? Ich habe eine Blaupause für die Axt gefunden, also. Ja, ja, aber für Materialien braucht man wahrscheinlich keine Blaupause, oder? Glaube ich nicht. Weil du kannst auch so eine Axt machen. Ich kann mal gucken, was ich für die Axt brauche, die ich gefunden habe. Heilig in Kallmock. Ein Femken-Nest? Darum laufen hier so viele Femkes rum. Wie ein Nest? Oh, da kriegt man Pflanzenfasern. Darum sind hier so viele Femkes rumgelaufen. Es gibt jetzt Nester. Okay, Nester. Nein, ich habe nicht einfach ein Femken-Nest kaputt gemacht. Würde ich ja lieber zu tun. Also. Als ob. So etwas tun würde. Guck, ich könnte sogar bauen. Sandstürme können dir doch nichts... Also immer weiter laufen. Doch, doch. Man hat ja vorhin Damage gekriegt. Wie man sehen konnte. Ah, Stone Ex. Wenn ich die jetzt krafte. Okay, dann ist es weg. Was ist denn weg? Also die war der Bauplan. Oh fuck, der Schamane. Die Schamane. Nix. Du hast Schamane gesagt. Nein, hab ich nicht. Die Startkarte. Ein kleiner Schamane. Ah, okay. Das replaced das dann. Die macht dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Damage, wa? Schaden 40? 35? Naja. Nimmt sicher jetzt nicht viel. Was ist denn das für ein komischer Stein? Ernten. Rolling Pile. Ach du Scheiße. Oh fuck you. Ach du Scheiße. Okay, ich werde vielleicht sterben. Wow, der schießt mich Harpuna! What the fuck? Okay, der eine ist ein richtiger Ficker dahinten. Holy shit. So schnell war ich ja noch nie da und... Oh! Oh! Holy Macaroni! Alter! Okay, der eine ist ein richtiger... Hat der mit dem Stein geschmissen oder hat er mit der Harpune geworfen? Und das war ja ein übelster Ficker. Er hat mit dem Stein geschmissen. So einer Stein schleuler wahrscheinlich dann. So einer Stein schleuler wahrscheinlich dann. Aber wie geht man denn da jetzt am schlauesten ran an den? Warum bist denn du gleich gestorben? Warum warst du nicht genockt? Wer, du? Du. Wie? Na, ich war zum Beispiel genockt erst. Ich war auch erst genockt. Warum ist die Anzeige da jetzt die ganze Zeit? Die haben mich halt gecampt. Was soll ich denn machen? Gecampt haben sie doch? Ja, auf mein Bett hat er gecampt. Weil ich fünf Meter neben dem Haus gestorben bin. Ey, mich hat mit der Steinscheue totgeworfen, ne? Nach dem Spawn. Ja. Nein, 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 nein! Das ist ganz schön teuer. Hat das damals auch immer 10 Kakteen gekostet? Nein, 5. Krass, das deckt nicht mehr in der Medi-Log-Chest. Wie ist das deckt nicht mehr? Nur noch auf die normalen Stacks. Wie, wie, was heißt das? Na, dass du nur noch 100 Stacks von dem Faser zum Beispiel haben kannst. Also nicht mehr 1000? Ja. Okay. Das ist schwerer als früher, ja. Also gerade die Dörfer sind halt echt tricky gemacht, muss man sagen, ne? Ah, habt ihr gesehen, wie das Blut gespritzt ist? Also nicht mehr der eigentliche Survival-Kampf, jetzt nicht mehr gegen die Spieler, sondern die Elbitis sind schlauer geworden, können mehr machen. Das ist wirklich schlauer geworden. Das ist wirklich schlauer geworden. Das ist wirklich schlauer. Ich bin ja auch nicht mehr Teachers. Das ist wirklich schlauer.